hallo und herzlich willkommen meine genossen mein name ist dennis und heute habe ich so ja habe ich mir was überlegt wir zocken so eine art grief mode und zwar ja nee kein grief mode das ist so eine art geier mode den habe ich mir ausgedacht mit dem meurer fangen wir erstmal zu regeln man darf nur bandwaffen benutzen und wenn einer stürt dafür nicht wiederbelebt werden so jetzt mal zum eigentlichen wenn er es war zu Leuten die mitspielen auf jeden Fall bleibt so müssen sie sind ist dabei Kumpel und dem Urheber an und an und auf auf jeden Fall jetzt im eigentlichen es geht darum wer bis rund 20 die meisten Kills hat das heißt man muss Prozent Prozent die so viel spielen wie ein bisschen hat da also hat keine Ahnung muss nicht sich als zerspielen die sich geiern 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 anstatt hier zu reden sind immer auf meiner Achtung sie mal erleben ja auf jeden Fall die Regeln nicht schon ja doch aber egal auf jeden fall geht es darum zu geiern das ist im eigentlichen das wichtigste sowas ist natürlich fies weil da keiner kills bekommt ja das ist schon als er verschwunden keine mann wochen er nur war zufrieden und sich er hat er er hat er ist wichtig anfangs jetzt ist es ein kleiner keiner wird die hochkaufen weil der Geldverlust macht und sind Oh. Oh. Meurer, kauf mal auf. Nö. Die Granaten sind hier so wichtig. Zum Geiern. Ja, wenn man sie nicht werfen könnte. Ja, merke ich auch grad. Da wirbt hier unten drüber einfach nirgendwo ein. Ja. Nein. Jawohl. Nein. Ja. Wer wartet, wer wartet. Oh Mann. Es wird Spaß machen noch weiter, Alter. Ohohoho. Ja, ist klar, ne, Meurer. Ja. Wo bist du denn, Alter? In welcher Ecke hockst du? Scheiße. Hatte mir aber alte Kriter genommen, ey. Nein. Habt ihr euch schon ne Waffe gekauft? Ja. Jungs, ihr wisst, ne, ich bin zum 16. Pole. Oh, oh, oh. Das ist, äh... Ich bin der größte Pole hier. Ja. Da bist du. Ich bin, du bist der Harpole, gell? Ja, ja. Ja, wenn Games war ein bisschen... Ja, Boss Pole ist das stimmt. Boss Pole? Ja, Mann. Ja, Mann. Wird nächstes Jahr kommen, dieses Jahr kommen Saugengames kommen? Ja, ja. Dann werden bestimmte Personen festgehalten und gedrehten. Ähm... Ja, Kevin. Ähm... Jawohl, soll man nicht so offensiv sagen, also aber... Es ist Kevin. Nein, ich mein, wen ganz anders. Ja, Jan auch. Nein, auch nicht Jan. Ja, Nico auch. Ja, du bist ein Baby, ne? Finderbauch. Ach, jeder wird festgehalten und getreten. Einmal jeder ist dran. Naja, wir sind uns alle selber an... an der... an der Steine fest. Oh, wie keine... Oh, scheiße. Ja! Oh mein Gott, jetzt wird's übertrieben. Ja, genau, jetzt kommt keine zu im Ne... Mann. Jawohl. Der kam aus deinem Fenster, Finn! Aber nicht. Doch! Egal, ich hab's noch nicht gesehen. Dennis holt den Liger auf, alter. Ähm, eure. Kauf mal auch. Den... Dennis, du bist nicht fisch, Dennis. Kauf doch selber auf! 7 Minuten Geld. Ich weiß. Ja. Warte mal, wenn... Wo ist denn die nächste Wandwaffe, also so... Maschinenpistole? äh thompson. thompson, zweig, weiter. kill. das ist schon krass, man. das wird bocken, alter. ich wette, ich bin der, der mit den meisten kills hier rausgeht. mhm, dann wette ich dagegen. oh, der hat Tür aufgemacht, lauf! nein, lauf nicht, hier sind noch Zombies. ich weiß nicht, wo hier so der schnellste Spawn ist. am Arsch. ich wollte gerade messern. stirbt, stirbt Mordra. jawohl, nein! nein! lass, lass ja die Runde vorbei sein. Nico, wo ist die thompson? komm Mordra, wir haben uns gegenseitig wieder. ihr, oder? dies noch mal ne Tür weiter, da wo ich aufgekauft hab. ach, laber nicht, jetzt hab ich die Tür... voll die verarsche. egal, egal. die schaffen es nicht auftun. ja, die schaffen es nicht auftun. wir müssen die Runde durchführen. Dennis, Dennis Baller mit aufs Fenster. ja, die Sache ist, ich hab keine Muni mehr. scheiße. ey, kaufen die doch die Double Barrels an der... war nicht. ja, ne. wanschen darf man? oh god. die können die nicht aufholen. die können die nicht aufholen. die können die nicht aufholen. doch, Nico, doch. ja, wenn Finn jetzt alle tötet, das war kein Problem. Nico, äh, Finn tötet eh alle. weil er die Thompson hat. das auch, siehste, siehste, wir waren zu gierig. ne, ich wollte besser. ja, okay, doch, ich war zu gierig. ja, ich wollte auch, ne. ja, zu geierhaft. ich wollte auch nicht nachladen. ab zu Thompson, Alter. bevor Moira da ist. ich will das aufholen, Alter. Nico, Nico, Nico. Scheiße, ich dachte ihr könnt... Uuuuh. Oh, ho, 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 ho. Ähm. Oh, viel Spaß mit dem Lassi! Acht, 18, 18... äh, Hunde sind's. glaub ich. NEIN! kriegt er den. komm schon. Kraft enden. ist die Verbindung der Säden geöffnet schon aus das sind dann bei ihm was nicht wir alle droben schildern klar hat die Hunde zählen auch ja sicher das habe ich ja gerade gesagt 18 Stück am Mann und den Knie an Verlösen der Krain die Sache wird sein damit der Bekaufkauf es war noch nicht vor allem er sagt wenn man mit dem Meer sind die Führer ja normalerweise uns 18 6 pro spieler äh ne 24 geiermäßig Niko äh da muss ich gar nicht rechnen nein ich hatte eh gar nicht nachgeladen oh man wisst ihr was hinter der Tür da hinten ist hinter welcher Tür? hinter der da oben? äh ja Endgame nein AmoMatic AmoMatic ein Perk das damals rausgenommen wurde ok also eigentlich wird vorne Tür so rechts da oder halt hinter der Tür ich weiß es gar nicht oh ich schreibe boah ich dachte schon wieso kann ich nicht ich hasse es wenn ich schreibe man oh man vielleicht Zombies mag schon mal nicht mitfällt läuft irgendwer nach oder oh ihr habt ihr so viele Türen verpüßt dich Niko Stefan klappt doch nicht so alles wie du wolltest na? voll schade halt die Fresse ist es nur halt mal die Fresse alter nein oh ich wär grad fast gestorben ich hab keine Zombies da denn hey hey der Zombie hat mich festgehalten stirbt Moira ne 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 wieder alles cool ne ne wieder alles cool ne ne wieder alles cool boah wie das hier am Geiern wie alle am Geiern sind man so heftig ne ne der Mechomo Mechomo ja Mechomo alter ja Mechomo alter Mechomo die beleidigen dich Alter ich würd die jetzt alle schlagen ja tonken achja sollen sie mich nochmal beleidigen Und sehen wir ja, wer zum Schluss am Ende oben steht. Mein Lümmel, aber sag's dir mal. Du stehst schon oben, aber... Diehst du auf sowas, oder was, Nico? Hä? Diehst du auf sowas? Auf meinen Lümmel? Ja, klar doch. Nee, nee. Boah, ich hab keine Lust aufzukaufen, ne? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber irgendwann brauchst du dich lang. Danke. Er sagt gerade noch so, ich hab keinen Bock aufzukaufen. Ja, eigentlich, ne? KISS ist nicht erlaubt. Ich bin ein Regelbrecher. Oh, Nicola. Ey! Nee, nee, wer war das? Ich musste grad nachlernen, Alter. Kommt um die Ecke. Komm schon mal ran, du... Oh, du, mich gewollt! Verpiss dich! Oh, das macht Spaß. Ich liebe Geier. Nora ohne F, Alter. Nora ohne P. Fuck, no ammo. Ammo. Jawohl, ammo. Ammo. No ammo. 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 Ich glaube, ammo lass. Ich hab jetzt auch geliebt. Das glaub ich besser ich... Doch, ich glaube, ich zahl mir besser die ammo, als dass ich die euch gönne. Ey, das ist wirklich krass, wenn man das so macht. Ja, Mann. Man kann hier sowas von böse sein. Oh, Mann. Ist mein Limelick. Ich glaube, ich nehme die im Leben, die Nuke. Doch, ich nehme auf jeden Fall die Nuke. Ich nehme auch die Nuke. Alter, was macht denn der Zombie dahinten? Das hab ich mich auch grad gefragt. Alter, er ist bei ihm kaputt. Er hat auf dem Zone gespielt. Moira, Alter, was übertreibst du so? Alter, wo bist du? Ich geier dir jetzt alles weg. Ich schlaufe dir jetzt hinterher, bist du deinem Tod, Mann. Ich warte, Perks auch nicht, oder? Hey, ich warte. Doch, Perks. Davon muss erstmal einer Strom aufmachen. Ist offen, man muss nur noch anmachen. Jungs, wie sie auch nicht haben. Ja, der muss aber erstmal einer anmachen. Niko mach mal an. Moira, spring runter. Mach mal, bitte. Bring. Scheiße, scheiße, scheiße. Jawohl. Gott, hinter mir. Ihr wisst, ne? Wenn man stirbt, darf man nicht wieder blöd werden. Naja. Ja. Habt ihr ja vorhin spüren müssen, ne? Ja, danke. Ich komm jetzt mal für die Sicherheit immer schon ein bisschen früher Ammo. Auch unbedingt Double Tap, Mann. Ach, scheiße, Mann. Ach, scheiße, Mann. Ach, scheiße, Mann. Ach, ich wollte auch da runterspringen. Mach Strom an, wenn du da unten bist, Mann. Nee, komm doch runter und mach an. Das hab ich selber angemacht, weil du so lange gebraucht hast. Weißt du, steht vor mir, ich drehe mich rum und mach Strom an. Oh Mann, ich bin so scheiße. Was ist das? Hehehehe. Moira hackt, ich weiß es. Ey, Moira saugt ganz viel Activision Penis. Nicht nur ganz viel. Was da an? Oh, wie der mich eiskalt verrecken würde, was man hätte. Vertrieben viel, sagst du? Nein, nein, nein. Kannst du keinen Jugger kaufen, wenn ich am Automaten stehe? Sicher. Weißt du? Ah, okay, du von der Seite, ne? Ja. Ja, aber ich hab tatsächlich zu Jugger schon aufgemacht. Habt ihr das noch gar nicht mitbekommen. Doch, ich hab's mitbekommen. Danke, Finn. Ja, gut, du warst gucken vorhin, ne? Ja. So. So, wo ist denn hier ein guter Spot? Da bei den Hunden. Kannst du zu denen gehen? Ne, Doggies. Ihr wollt's wirklich können, den Leuten Backpunch zu machen? Ja. Gönnen wir selbst Backpunch. Gönnen wir selbst Backpunch. Gönnen wir selbst Backpunch. Wenn man zu überlegen, ne? Wenn man zu überlegen. Link jetzt. Niemand der da. Doch, muss ich selber machen. Boah, Dennis, du? Ja, Nikola, du denkst, ist erstmal Musik. Ja, Nikola, du denkst, ist erstmal Musik. Ja. Ich bin rot. Stirn. Stirn. Ich bin mein Lieblingssong. Boah. Also, was Zödi angeht. Der bei mir ein bisschen extrem laut ist. Zödi, Falli ist ein bisschen laut. Ich bin Bock, Doppeltap. Ich bin Bock, Doppeltap. Warum unbedingt Doppeltap? Ich weiß nicht, Jugga oder Doppeltap. Ich weiß nicht, Jugga oder Doppeltap. Dennis hat jemand den Hund geklaut. Ne. Ich hab alles bekommen. Oh, ich will auch mal. Ich will auch. Ich will auch. Noch zehn Runden. Hm. Komm, lauf, time. Link doch. Wait for me. Wien. Aja, Bonson bett sind auch herlaufen, ne? Weil ich auch ne Mann.